Der Bordnetz Kongress in Ludwigsburg hat sich zum wichtigsten Bordnetz Kongress der Branche entwickelt. Nirgendwo sonst auf der Welt gibt es einen ähnlichen Kongress mit so vielen Teilnehmern, mit so vielen interessanten Vorträgen und mit so vielen hochkarätigen Leuten. Die Möglichkeiten zum Netzwerken waren den Teilnehmern sehr willkommen. Wir hören das aus diesen Beatbacks immer wieder. Besonders gefällt mir das Netzwerken, aber auch natürlich die sehr interessanten Fachvorträge. Die Vorträge sind sehr spannend. Man kann möglichst ganz viele neue Innovationen kennenlernen, viele interessante Leute. Es macht Spaß hier zu sein. Wir konnten wieder einen neuen Rekord aufstellen. Mit der Teilnehmerzahl, die wir auch dieses Jahr wieder haben, ist der Kongress mit Sicherheit ein wesentlicher Meilenstein, um auch das Bordnetz in Zukunft weiterzuentwickeln, kostengünstig zu entwickeln.